Ist das das endgültige Aus für Yvonne Wölkes, 41? Ehe, der Schauspielerin wird eine Affäre mit Peter Klein nachgesagt. Während die beiden als Dschungelcamp-Begleitungen in Australien waren, erhob Iris Klein, 55, öffentlich die Vorwürfe gegen ihren Gatten und die Blondine. Damit steht jedoch nicht nur Peter und Iris' Beziehung auf der Kippe. Auch die einstige Miss Germany fürchtete um ihre Ehe mit Stefan. Jetzt bestätigte Yvonne sogar, dass sie bei ihrem Mann ausgezogen ist. Im Interview mit Bild sprach die 41-Jährige über die neuesten Entwicklungen in ihrem Liebesleben. Ja, ich bin zu Hause ausgezogen, habe ein paar Sachen zusammengesucht und bin mit einem Koffer zu meiner Freundin Janina Youssefian, 40, erzählte Yvonne. Aus der Situation versuche sie das Beste zu machen. Ich wohne erst mal bei ihr, habe auch noch eine kleine Wohnung in Berlin. Ob das Eheaus damit besiegelt ist? Einen Sündenbock hat Yvonne bereits in Iris gefunden. Sie versucht jetzt, ihre Ehe zu retten und hat mit ihren Gerüchten und Fantasien meine Ehe zerstört, wetterte das Model gegen die Mutter von Daniela Katzenberger, 36. Wie es mit ihrer eigenen Beziehung weitergeht, steht in den Sternen. Es sieht aber nicht gut aus, räumte Yvonne ein. Wie es mit ihrer eigenen Beziehung ist, 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 Wie es mit ihrer eigenen Beziehung ist,